ARD Text im Auftrag von Funk Wer zuerst schreibt, der darf Das macht Spaß Okay, nee, du hattest ja gerade Dennis darf Dennis Die halt schon hatten die nicht mehr Dennis Bring dich um, wenn du Kops hast Okay Das ist lustig Seid ihr alle da? Da hinten kommt noch einer an den Rand Wir schießen Was ist das denn? Da läuft Öl aus Da läuft Öl aus Wusste ich gar nicht Was macht der Bulle denn da? Weiß auch nicht Drei? Ne, der kommt da noch Okay Er will ja auch mitmachen Drei Zwei Eins Go Eigentlich müsste er sein, der zuerst einsteigt Wer ist denn da zuerst eingestiegen? Ari ist zuerst eingestiegen Okay Ari So, wer zuerst schreibt, ich Der darf Bringt euch um, wenn ihr gerade Kops habt Luffy darf Luffy Luffy Na, warte mal Sie ist aber schön aus, mein Freund Wer bist du denn? Wer bist du? Wer ist denn dieser Typ neben mir? Wer ist das hier? Ah, geht einfach Luffy, bist du bereit? Doch, jetzt Drei Zwei Eins, go Wer wird zuerst drin sitzen Oh, voll, viele sind eingestiegen Okay, ne, der hat schon gewonnen Der hat schon gewonnen Zuwann war das, glaube ich So Schreibt ich, wer will Noch zwei Leute Okay, Ari Jetzt ist Ari da Einer darf gleich noch Keine Sorge Machen wir öfters manchmal wieder Wir suchen immer eine andere Stelle aus Ari So, alle verstecken Wer schießt denn da noch rum? Bring dich doch um, der gerade Kops hat Mit dem Mofa Jeder holt sich den Mofa So, bereit? Alter Ich muss auch noch auf die anderen warten, sonst Was Ja, was machst du denn da vorne ganz? Da kann ich dir auch nicht helfen So Dann eins kaufen ist ja nicht so teuer Kann ja jeder kaufen GTA ist ja schon seit drei Jahren draußen Da müsste jeder schon paar Millionen haben So Drei Zwei Eins Go Ah, ich hab's nicht geschafft Wer ist denn da zuerst drin? Keine Ahnung So, wer schreibt ich, der darf zum letzten Mal Dennis darf Schönes Wetter Schönes Wetter Das gefällt mir Keine Sorge, die nicht dran gekommen sind Wir machen das irgendwann nochmal Einfach nur dabei sein Was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht Einfach hingeflogen Das kann passieren Bereit Dennis? Nein, wir schießen Wer schießt, Alter Warum schießt du? Warum schießt du? Versteh ich nicht Versteh ich nicht Versteh ich nicht Muss ich dich rausschmeißen? Nicht schießen Drei Ne, da vorne kommt noch jemand Drei Drei Nicht rüber springen Wir hatten gesagt Drei Zwei Eins Los Los Dennis darf Deutsche Seite Okay, Ari ist zuerst drin Ari zählt ja auch Das ist ja nicht so schlimm Okay Gut Jeder holt sich Mofa Und keine GTA Glitches Äh, keine Körper Glitches Äh, keine Körper Glitches Bitte, zieht euch bitte was vernünftiges an Äh, äh Und Mofa unten Dann machen wir eine kleine Tour So Das ist Dann machen wir daraus ein Rennen, Leute Daraus machen wir jetzt ein Rennen Da ist mein Mofa Ich hoffe wir kommen da hoch Wurde zu zerstören Achso, ich wollte X drücken Schon wieder drücke ich die X Ich glaube man fährt aber nur hoch Ja, dann Gut Bringt euch erst um Und dann könnt ihr ja Ähm Mofa holen Wurde es beschlagnahmt wird Und wie ihr noch Kops habt Da fahren wir erstmal hin Zu gefährlich hier Ja, super Das war im Auto Ja, ähm Immer der Erste der eingestiegen ist Aber Wenn man schon gestorben ist Aber trotzdem im Auto einsteigt Der hat gewonnen Dann habe ich es nicht gesehen Dann wirst du gestorben Das sieht man nicht Muss man mir ehrlich bescheid sagen Turan, hol dir bitte einen Mofa Alle holen sich einen Mofa Alle Wenn du willst kannst du tunen gehen Wenn du willst, aber bringt nichts, oder? Doch, sollten wir mal tunen gehen Weil sonst kommen wir nicht hoch Besten Motor drin Ja, du musst hier ein anderes Fahrzeug holen Bestellst du das Und ein paar Minuten kannst du ja wieder das Mofa holen Ja, ich pimpe das mal Sonst kommt man da so schlecht hoch Bestimmt Oh, ein Überschlag Da hat sie auch ein pinkes Kult Auf zur Werkstatt erst mal Aber Unterwäsche Hä? Auf PS4 Kann man da wirklich machen? Wir nicht Geht ja auf PS3 Ansonsten, wenn ihr noch mehr sehen wollt Stüppert ein bisschen in Playliste durch Und danke fürs Einklicken Ciao!